Unreal Engine 4 Real D3D NVIDIA Zombie Studios Daylight Hallo Sonst hätte ich mich jetzt fast vergessen vorzustellen Mein Name ist Bofrost wie jedes mal hier auf diesem Kanal Und dieser Bass ist Hardcore Ihr müsst das echt voll aufdrehen Der wird mich noch böse wundern Also hier, ich spiele Daylight Mit allem was dazu gehört und zwar Im Nightlight Ich meine, ja Das wird jetzt ein bisschen langweilig glaube ich Das ist die, ja Neue Geschichte Es ist eh egal ob ich neu oder alt mache Denn dieses Spiel ist randomisiert Das bedeutet jedes mal wenn man es spielt Ist das Spiel anders Also die Levels sind alle zufalls generiert Hoffen wir dass der Random Generator gut ist Was die da gebastelt haben Sonst wird das Spiel schnell langweilig Beziehungsweise Das wiederholte Spiel wird schnell langweilig Ja Ich habe keine Ahnung Um was es in Daylight geht Aber es ist gruselig Und es ist random Ich meine, was will man mehr Und es ist das erste Spiel Der Unreal Engine 4 Das auf den Markt kommt Und leckt mich fett Die Engine ist performant Ich habe das Grafik voll hoch gedreht Und ich habe immer noch 40 Frames oder sowas Das ist gut Und ich kann sogar in Full HD aufnehmen Und ich bin halb Wie ich sonst immer tue Steuerung Steuerung Man kann aber die Steuerung nicht ändern Vielleicht in den gleichen Dingen In den Konfliktarteien Weil irgendwie ist das komisch Klicken kann man auch Okay Das war eine Spinne Das war eine Spinne Ich bin in der Hand Um deinen Weg zu finden Es ist viel zu sehen Viel zu lernen Wo bin ich? Es ist jetzt schon ein Zeitpunkt Dieses Ort hat sich wartet Für deine Angelegenheit Schreibe alles, was du kannst Die Erinnerungen, die in diesen Wallen Warten sind wartet, um zu finden Sarah, hör auf mich Du musst zu erreichen Oh nein Jetzt weiß ich trotzdem nicht besser Wo es lang geht Und was zu tun ist Oh Okay Oh Ah Sarah, no matter where you go There you are M Ach was, die Smartphones heutzutage alles können Es ist unfassbar Ja, wo sind wir denn hier? Scheint irgendeine Art Museumseingang Oder ein Krankenhaus Oder sonst was Was ist das? Kann es benutzen Es ist Häftling 52 Hat offenbar Visionen von Schattenmenschen Ja, wir sind Ärzte Es wird fortlaufen Konventionelle Therapien Aber ich glaube, wir müssen nur mal Gedanken machen Und so haben wir den Erkenntnissen Neue Anstöße verlebt Gut Ja, ich muss sagen So viel anders sehe die Engine nicht aus, finde ich Nein, es ist dunkel, da will ich nicht hin Sieht man mich? Nein Oh Oh Spieldaten werden gespeichert Oh Huckel doch nicht so Ach, da ist noch was Leuchtendes Was gibt es denn sonst noch? Mit Island Haftanstalt Okay 1997? Wo sind wir denn? What? Ich habe doch ein Handy, was soll das denn? Der Walter Mercer Walter Mercer Walter Mercer Ich könnte Oh Ich könnte wetten Walter Mercer habe ich schon mal irgendwo gehört Tja Aber es ist noch hell Einigermaßen hell draußen Oh, guck mal wie sie rennt Uhuhuhuhu Das Mädchen rennt Wer ist das? Tja Da ist noch eine Karte Eine Kuh Eine Tote Oh Jo Ah ja Okay Mit Island Hospital Record File Datum 4. April 1888 Patientin 13 Lauf Nun gut, lauf Bin ich eine Patientin? Mach ich eine Mutprobe? Hab ich Amnesie? Nun gut Ich glaube ich kann nur da lang Ja, benutzen Hm Oh Oh Oh, ich habe Leuchtstäbe Oh Oh Ich kann weiter sehen so Nun gut Oh Da lagen schon immer noch ein paar drin Genau Wow, was ist die los? Wird sich die Gegenstände Oh Oh Lieber sie sind Alter, 10 Monate Wurde von ihrem Plänen in den Ausbildung zusammen Beengstigen Inzwischen fällt die Kurse Alter, 10 Monate? Wow 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 Mehr gut Nun Achso Ich gehe Ich gehe Ich gehe die Tapeten ab Das war alles Ich gehe aber auch nur schwerlich auf die Dinger Oh Gott, ich kann rechts, links geradeaus Schöne was Da, da blinkt irgendwas Oh Oh Hier redet wie immer Oh 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 mein Gott New Kipling New Kipling New Kipling New Kipling New Kipling Uiuiuiui Nun gut Das war's Ich hab noch zwei Relikte Was ist hier los? Was für Relikte? Geht das da lang? Wo? Wo? Gott Gott, wo ist das? Achso Okay Ahne Oh Oh Achso Jetzt, lauf ich da lang? Sind das meine Fußtapfen? Ja das sind meine Fußtapfen schützen mich vor was ich muss ja weg ich muss ja was war das das knallen oh mein gott was das pflegerin foster hat sich darüber beklagt dass kranken werther william ferrish manchmal stundenlang während seiner schicht verschwindet und wenn er auftaucht in seine hände und hosen so schmutzig als hätte er im dreck gegraben aber anspruchs hat er einen verwirrten eindruck und fragt über ich bin mir scheißegal ich bin hier weg ich weiß dass jemand hier ist oh was ist das kopf hier ja 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 fuck man Ah, ist da jemand? Holy... Wow! Holy crap! Oh Gott, du... Weil Stimmen... Mieser... Was war das? War das ein Poltergeist oder was? Holy crap! Ich spritze nur. Ist da jemand? Irgendjemand? Nein. Oh Gott, das Wild. Holy crap! Musik ist auch nicht grad hilfreich. Ich spür's. Wow! Ist jemand da drin? Es muss ein Schlüssel sein. Oh, da brennt Licht. Oh, da brennt Licht. What the fuck? Die Stühle fallen um. Die stillen sich auf normalerweise. Oh je, ne, oh je, ne. Wir hier Toiletten. Das ist auch nicht schön. Da kann alles wirklich passieren. Und zwar... Oh, nichts. Eine Hand, die aus dem Klo kommt. Nein. War auch nicht schlecht gewesen. Oh, ist das ein... Oh, der Schrank geht auf. Nun gut. Was war das für ein Geist? Der Geist ist weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Er kommt! Oh, kommt er nicht. Er kommt nicht. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ich muss... Ich kann nicht zeigen, wo ich lang muss. Ganz am Anfang muss ich noch ein paar... Ich muss den Schlüssel finden. Oh, da muss ich auf jeden Fall lang... Oh! Habe ich das gesagt oder habe ich das übernach was gesagt? Ich bin mit meiner Stimme noch nicht so firm. Und gut. Bin ich denn? Hier war ich schon, oder? Ja, gut. Oh, liebe Leute, Mann. Das ist viel. Und schnell und... Da kam ich her. Hier war ich noch nicht. Hier sind viele. Ja, hier muss ich auch nicht hin. Hä? War hier noch irgendwo eine Abzweigung, wo ich noch nicht war? Okay. Der Ton ist besser. Oh, muss ich lang? Mal auf die Karte gucken. Geradeaus und rechts vielleicht. Habe ich da hinten was verpasst? Na ja, geradeaus. Ganz geradeaus kann ich noch. Da war ich noch nicht. Hier war ich auch noch nicht. Oder? Ja. Da sind viele Türen. Ich weiß, dass du da bist. Weiß ich das? Ich bin mir da nicht sicher. Oh, cool. Okay, so eine Fackel... Also mit so einem Leuchtstab kann ich weiter gucken. Mit so einer Fackel kann ich die Geister vertreiben. Vermutlich. Wie ich das jetzt gelesen habe. Oh, oh, cool. Und da würde ich die Nacht jemanden. Ich hätte es gesehen. Der Bastard hat mir so ein Schrecken eingejagt. Als ich fast tot umgefahren wäre... Ich habe mir das schon mal noch sauber gemacht. Und hätte ich stehen... das war ein schweißer es ist super, die Tür geht von alleine auf und ist das erste was man tut? reingehen! ja da ist voll das heißt ich bin eigentlich ganz gut dabei gerade was passiert hier so? ich sehe es! Sie haben die SIGIL gezeigt! Rechlebe sie und bringe sie in die Garten! der bedrohungs-Aromether ist auch ziemlich hoch wtf war das?? hohe crap Oh mein Gott! Oh Gott! WAH! Oh, der ist noch was! Ich. Oh Gott. Hier in den nächsten Raum. Hier in den nächsten Raum. Oh Gott, was gibt's denn hier noch alles? Bisschen wie Slender kann das sein. Nur... Holy Crap! Oh, der Bass! Warum der Bass? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Okay, hier muss ich offensichtlich nicht hin. Mal kurz auf die Karte gucken. Wenn ich komplett zurück gehe, kann ich nochmal nach rechts gehen. Habe ich da was? Oh, eben wie ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob die... Ähm... Ähm... Oh Gott, die Bedrohungs... Der Bedrohungsding ist ganz hoch. Oder ganz niedrig, ich weiß es nicht. Soll ich zurückgucken? Guck mal zurück. Huh, da ist niemand. Ich weiß, dass jemand hier ist. Ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Oh Mann. Oh, weiter geht's. Leitens was, leitens was, leitens was. Und hier ist... Woa, what the fuck? Was ist das? Ein Teddy? Woah, woah. Kinder. Ich beginne mit einem Infektion. Ein schwarzen Beil von Krankheit, Krankheit und Entfangen, Krankheit und Entfangen. Bisschen und Sprech. Wundern und Schwach. Woah, 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 woah. Was... ...the hell? Kann es sein? Ich? Ich... ... ich... ... ich... ... ich... Was soll das denn? Bin ich jetzt sicher vor den Viechern? Weil ich nen Teddy hab? Ich meine, nachts funktioniert das im Bett, hör! Dann haben die Geister keine Chance mit nem Teddy. Ich muss mal wieder auf die Karte gucken. Wow! Hier, hier. Muss ich hier lang? Ja, hier lang. Holy Crab, das Spiel ist wirklich gruselig. Bin ich noch richtig? Ja, hinten rechts irgendwo, glaub ich. Oh! 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 Nein! Doch! Hä? Ach, da muß ich hin! Jetzt aber schnell! Woah! Take this! Da hat man gespeichert. Oh! Oh! Bin ich denn hier gelandet? Hier kann ich... Hier kann ich nicht rein. Oh, der kann ich mir aufladen. Ich hab dieses Zeug gar nicht gebraucht. Just du, der ist creier. Nei! Thanks!